Hallo Will... Hey, hat nur den Mund... Hallo, willkommen zu WeGames Testers e.v. dort. Ich bin's Farbpunkt mit einem neuen Infovideo. Ja, in zwei Tagen ist es endlich soweit, T-Rack-Team kommt raus. Wir werden es mit Glück am Montag, spätestens am nächste Woche Dienstag, unboxen. Heute ist Mittwoch. Ich klinge, glaube ich, auch krank. Und ich bin auch krank. Ja, muss jetzt zwei Tage betüten. Aber, schön, dass ich euch ein paar neue Informationen geben kann. Also, grüßen tue ich ganz herzlich den Marcel von Ego Whitey, Infinity Whitey und Meg Whitey und Eva und Frank von Skylander Tipps. Ja. Und die Maria von Noodle Let's Play ist heute auch. Und, ja, es ist nun jetzt rausgekommen, dass es die Sidekicks-Figuren, die heißen jetzt Mini-Spielbar sind, das ist eigentlich schon sehr lange. Ja, und dass dies dann immer Doppel-Packs gibt, zum Beispiel ein Ei Small mit Heat Drinks in einem Pack. Und ich habe herausgefunden, dass eine Falle ungefähr sieben Euro kostet. Ja. Und Chaos Father wird uplevelt. Äh, Welle 3 rauskommen. Magie Trap Master aber erst später. Da habe ich auch noch nichts. Auf jeden Fall werde ich mir Crypt King holen, bald. Nächste Woche Montag werde ich mir Crypt King holen. Ey, das wäre so neu. Dienstag unboxe ich das Stratterback. Und am Montag habe ich schon die erste Figur. Ja. Ja. Also. Ja, wir waren letzt lange nicht mehr da. Ja. Frage. Schreibt es in die Kommentare, ob ja oder nein. Ja, und. Ja. Ich habe nicht so ein Paket bekommen, wie Noodle Let's Play, Ego Whitey, Scanner Chips. Aber es liegt wahrscheinlich daran, dass wir nicht so erfolgreich sind, leider. Ja. Und wir stehen kurz davor, die 1000 Aufrufe Marke zu knacken. Und das wird so cool. Ja. Das war jetzt ein sehr kurzes Infovideo. Aber ich sage tschüss.